heute spielen wir mal wieder wie hier eine app wie sehen könnt eine runde roblox im und heute spielen wir mal wie eine roblox hobby und man sollte anschauen glaube ich drüber springen ich laufe drüber weil ich ganz ein spaß also wir machen heute so eine 50 dings hobby traurig also dort steht auch das ist wohl eine sehr easy links ist aber mal gucken hängt die mir so am scheiße ich bin nicht gesprungen bzw zu früh gesprungen sind jetzt auch einfach schon bei 10 aber ich mache den trick hier nein blöd ich bin so blöd okay 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 warum läuft also hier läuft man irgendwie so schnell hoch okay 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 das ist ja wirklich so easy wenn man sogar am handy schaffen man braucht gar nicht mehr springen man kann einfach drüber laufen okay 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 man kann einfach so drüber perfekt hier muss man springen aber sonst kann es vielleicht einfach drüber laufen also das ist ja wirklich so eine einfache hobby also die ist wirklich sehr einfach aber ist auch geil du machst das großartig ja das denke ich auch bojo lustig dass man auch hier einfach einen pfeil hat zeigen wo man hinlaufen muss ob ich das nicht wüsste wohin aber okay soo wo man sieht das hinter grad gar nicht ey das ist ja geil das ist wie so ein affending das kennt ihr dieses affenspiel einfach so ist das sehr neues 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 okay denkmal gewünscht nicht berühren wobei ich das glaube ich schon gerade einmal irgendwie berührt habe aber ja keine an dddd dd warum ist das so lang und warum ist es schon okay ist einfach nur so dss dh w d achso man kann da rein fall nicht denke mir grad so häää dd 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 kann man auch einfach drüber laufen mein kollege er ist unerbefallen perfekt hier muss man jetzt springen sonst fällt man wie mir nur die sind echt noch dahinten können die das echt nicht oder was aufs rote gelaufen also wie wie leicht sollen die bitteschön sein in der geld beim links schon angekommen ich hasse dies gerade also rechts links rechts links links rechts links 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 ich wusste es genau am ende also rechts links 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 rechts links 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 und nummer rechts schwere geburt aber ist auch eigentlich relativ einfach das sieht so aus als wenn man so springen müssen aber man muss es gar nicht also die die haben ja auch so viele scheiße dann ja auch so viele dinge die einfach so ein bisschen täuschen interessant was ist das möchtest du füllen auf adn kaum warum sollte man sich das holen das frage ich immer macht das spiel ja auch gar keinen spaß also so welche dinge schicke ich hier diese dinge schicke ich nicht warum sollte man sich das holen wenn man versuchen will die opi zu schaffen so also es gibt ja nicht so viel sinn aber mein gott also ich weiß warum wir das machen weil sie ein bisschen geld verdienen wollen tatsächlich deswegen wird das halt irgendwie so angeboten aber ich weiß gar nicht gibt es leute die sowas kommen aber ja weiß ich nicht also echt keine ahnung aber mein rucksack passt ein bisschen dazu ne also diese klammern in roblox habe ich auch schon ewig ist wirklich ewig was ist das hier eigentlich fragezeichen teil überspringen und wir brauchen ja okay das könne man wirklich auch so wenn man zu alt absolut nicht versteht ja und jetzt bin ich auch schon hier bei 50 also neue ausrüstung von lucky blöcken jedes mal jetzt kann man sich hier so ein ding wahrscheinlich anziehen aber probieren ja jetzt bin ich der hier könnte mich glatt hier hinter stecken alle so näher okay und kann man das wo wo und nur es und jetzt ja jetzt ja 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 jetzt er selbst und das ist richtig mies vor dem vor dem ding und tschüss ich würde sagen wir machen rainbow okay reicht wo könnten wir hin da sind ganz viele ja viele ist was anderes aber ja 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 Ey, nicht zu blöd jetzt. Man könnte einfach denken, ich bin so einer von dem Team hier, aber nee. Aber fangen die wieder von vorne an, oder was passiert genau mit denen? Also ich check das nicht. Hä? Jetzt. Ah, nee, doch nicht. Aber irgendwie kann ich doch so schnell gehen, ja, so. Naja, funktioniert nicht so richtig. Aber hier ist auch niemand. Außer da, da ist jemand oben. Okay, den hau ich noch weg. Okay. Jetzt habe ich ihn getroffen, perfekt. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Können Sie jetzt hier noch was holen. Und mit dem Teppich rumfliegen. Und tschüss. Okay. Leute, wenn ihr euch das gefallen, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar. Schaut doch, ihr macht mein Discord, der ist unten in der Videobeschrift verlinkt. Habt traumhaftes Tag. Donner, der ist neu. Ciao, ciao. Musik Bis zum nächsten Mal.